Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Hier ist aber auch kein Labor. Da hinten ist noch was. Hier ist ein Haus. Das haben wir schon. Hier gibt es noch ein Weg. Aber hier ist auch nicht großartig. Das ist die kleine Putze, die ist unten im Keller, die schläft da auch. Aber mehr sehe ich da auch nicht. Dann haben wir hier den nächsten. Dann geht es hier nochmal rein. Okay, dann haben wir das auch schon hier. Das ist aber auch kein Labor. Hi. So, goldene Spielzeuge. Nee, braucht kein Schwein. Gute Frage. Kann ich jetzt eigentlich den Boden durchtrennen? Habe ich noch gar nicht mal, habe ich gar nicht versucht. Ah, das ist ja nicht das Labor, das ist ja was anderes hier. Genau, dann komme ich ja wieder hier unten an. Dann gucke ich mal hier unten. Ob nicht hier irgendwo was versteckt ist? Nö. Okay. Was anderes? Ja, mir fällt nichts anderes mehr ein. Ich kann jetzt erstmal noch hier hochgehen. Und mal schauen, ob ich nicht hier auch hier was sein könnte. Oder hier ist ein Beispiel, keine Ahnung. Hier war man schon, weil ich bin auch gar nicht dran. Ähm. Schrifträume der Erkrankten. Vielleicht ist hier oben etwas. Ich weiß es nicht mehr. Also, es ist echt schon ewig her. Aber hier ist auch nicht weiter, da auch nicht und da auch nicht. Nee. Und hier ist auch nicht weiter. Also, ich kann das erstmal nicht so beurteilen. Ich weiß bloß eins, dass ich jetzt hier erstmal, dass ich erstmal weiterreise zur nächsten Insel. Und ich mache jetzt einmal mal später. Wir gehen jetzt einmal schon mal hier hin. Ähm, zur Mondlandung. Und, ja, ich mache dann auch langsam Feierabend, weil sonst wird sie mal später. Es wird wirklich mal später dann. Mondlandung. Es sieht schon aus wie so ein Mondgebiet. Ähm, PS. Wie viel? Ein Tor. Okay. Ein Tor ist es. Dann die 6. Bei mir ist gerade etwas dunkel. Wichtig ist erstmal in erster Linie immer die Tore freischeiden. Und dann kommt der Rest. Ähm, wo haben wir jetzt dieses Inventar? Ja. Ach ja. Mensch, Mensch, Mensch. Also echt, ich bin schon ganz schön knüllig gerade. Die hat bestimmt mitbekommen. So. Einmal hier, einmal da. Einmal da. Einmal da. Und manchmal spinnt das hier ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht hier. Okay. Dann kann man uns aber trotzdem nochmal ganz kurz, wir haben das Tor erstmal so weit freigeschaltet. ähm, das hier anschauen, was das hier sein soll. Wow. Diese Türen gefallen mir. Nimm ich mit? Ähm. Die nehme ich definitiv mit die Türen. Alle. Ach so. Ich muss dann hier drauf drücken. Oh Gott, ich will schon die Truhe kaputt hauen. Und, ähm. Was? Phantasma? Äh, äh. Irgendeine moderne Falle. Super. Aber hier wieder. Was ist hier? Oh, jetzt habe ich. Und das ist jetzt der Weg nach draußen, ja? Nehmen wir mal das hier. Die Tür ist schon mal mit wie da. Also die will ich haben. Bin da wie Bürgermeister besserwisser. So, jetzt geht es einfach an die Gegner, die mir langsam überlegen sind. So ein bisschen. Mit den Leveln. Oh, einmal hier. Da kann ich mir eine richtig schöne Mauer aufbauen. Und jetzt lass mal raus, der Scheiß. Man merkt schon, die Schwerkraft ist ja ganz anders, wa? Jetzt, wo die Türen noch nicht mehr da sind, ist das auch alles viel dunkler. Sind wir jetzt auf dem Mond, oder wie? Ah, jetzt weiß ich, wo es auch die, äh, Steine her hatte. Okay, und da geht es wieder hoch, ja? Okay. Wir sind jetzt hier auf dieser Welt. Ich würde jetzt hier auch was machen. Und, ähm, ich kann mich ja mal hochbauen. Die 6 ist das mal wieder. Die 6 ist das mal wieder. So. Gut, jetzt bin ich wieder am helllichten Lichter. Ähm. Wir schauen uns das mal von ganz von oben an hier. Au. Da vorne ist was. Und da ist was. Da kommen wir ja ganz gut hin, wa? Das kam mir irgendwie noch so bekannt vor. Das kam mir so was von bekannt vor. So. Asteroiden, ja, 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 ja. Ähm, Klimmertal, äh. Titanärzt will der haben. Wie viel ist ein Stück? Kann ich das noch mitmachen? Ähm, die Tarnärzt ist ja von Asteroiden hier, die hier runtergekommen sind. Das weiß ich noch irgendwie, was damals. Ähm, aber mehr auch nicht mehr. Ähm. Wir können da so ein bisschen immer, ja, Ja, müsst ihr unter dem Stück für Stück machen. Und dann geht das schon. Was ist das denn nochmal? Was war denn das nochmal? Mhm. Hi. Ähm, Brauske nicht, das ist hell genug. Ja, okay, annehmen. Gut, ach, die haben wir schon erfüllt, ja? Dankeschön. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon was erledigt. Das ist doch super. Wir haben das Tor, wir haben die eine Mission, wir haben die Türen. Wir müssen den nur noch ein bisschen Titanärzt bringen und dann ist der, äh, glücklich bis ans Ende seines Lebens. Und, ähm, ja. Was leuchtet denn hier so? Ähm, ja, okay. Also, ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bye, bye. Ich bin dein Vater. I la-la-la-la-la-love you, ooh. I la-la-la-la-love you, yes I do.